Leute, kommt schon. Ihr müsst immer in der Luft sein. Immer starten. Immer starten. Immer die Augen offen halten. Unsere Verteidigungsanlage ist auch zerstört worden. Dann könnte ich da mal noch ein Ding hinschicken. Oh, man macht ihn platt. Oh, das Spiel ist noch lange nicht aus, mein Freund. Ja, dann schick mal deine Einheiten. Ich werde sie hier gebührend empfangen. Da haben wir noch Infanteristen zum... Alter, was ist denn hier los? Ihr könnt doch nicht einfach den Kerl da durchlassen. Sehr schön. So, können wir hier oben nochmal irgendwo attackieren. Wir warten auf Ihren Angriff, General. Aber ich schätze, da können wir lange warten. Oh, der sagt es nicht. So, wo ist denn unser Bomber? Kommt der da durch? Alter, das wäre so geil, wenn der da jetzt durchkommt. Oh, 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 oh. Geil. Ja, ja doch. Das halte ich durchaus für eine kluge Taktik. Du mal da rein, bitte. Wirst du da wohl reinfahren zum Reparieren? Das wäre sehr freundlich von dir. Ja, glaube ich schon. Haben wir da noch Helikopter? Nein, haben wir nicht. Okay, Kampfjet nachbauen. Aber Dali. Oh, netter Versuch, aber nicht mit mir. Freund. Geil. Ach, du Schande. Herrgott nochmal, warum sind die nicht im Alarmstab? Die sollten normalerweise permanent in der Luft sein, wenn sie diesen Befehl bekommen. Oh, geil. Und da kommt nochmal so eine Gatling-Kanone. Okay, die Laserpanzer haben es ganz gut im Griff. Die Laser-Systeme sind online. Oh, das ist nett. Das finde ich nett von dir. So, hier zwei starten. Nein. Nein, das glaube ich nicht. Wie schaut es denn eigentlich bei dir da oben aus? Hast du dich wieder von deinem kleinen Schlag erholt? Ja, hat er. Pass auf. Dann schlagen wir ihn gleich nochmal. Hauptsache, immer den Gegner mobben. Genau, ich habe jetzt gemacht. So, hier nochmal so ein Nachschublager hin. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Mission, die macht eigentlich mit dem Laser-General viel mehr Spaß. Weil mit dem Burschen kannst du die EMP-Raketen bauen. Da baust du dir einfach so einen ganzen Verteidigungsring aus EMP-Raketen. Und die schalten einfach direkt alles aus. Das ist echt ein Traum. Tja, so viel dazu. Was ist das? Tarnfähigkeit neutralisiert. Bitte. Ja, lass sie doch angreifen. Die kommen doch eh nicht durch. Hoffe ich. Glaube ich. Was kommt denn alles angerückt aktuell? Guck mal. Ein paar Panzerchen. Die kriegen wir klein. Wir sind in ihrer Basis, General. Nein, das tut mir nicht. So, den Rest machen eigentlich die Bodentruppen. Eine riesige Zielscheibe für meine Panzer. Mit dem klitzekleinen Problem, dass die Panzer zu blöd sind, diese Zielscheibe zu treffen. Wie lassen Sie sich diese Verluste leisten, General? Wollen Sie nicht lieber kapitulieren? Ne. Mittlere Flughäu. Was läuft denn da? Ich sehe die gar nicht. Macht ihr die platt? Infanterie. Okay. Haben wir da noch was? Nicht damit. General, unsere Basis wird angegriffen. Noch 50 Stück zu unterwegs. Weißt du, was die Jungs hier mal machen könnten eigentlich? Ich frage mich, wem gehören wohl diese Brottürme? Ja, ja. Das machen die da unten schon. Wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs. Landen. Landen. Die gehören niemandem. Das heißt, er hat sie auch nicht erobert. Das wundert mich ein bisschen, muss ich sagen. Normalerweise macht er das immer gleich als erstes. So, gleich nochmal ein paar Helikopter basteln. Äh, du könntest hier mal... Meine Truppen stehen vor ihrer Tür, General. General, General, General. General, General, General. Du wiederholst dich. Nee, nee, das glaube ich nicht. Oh, da kommt was Schönes. So. Oh. Das wird jetzt lustig. Und wir können jetzt dann gleich unsere Sniper ausbilden. Können Sie sich auf den entscheidenden Angriff vor? Können Sie sich diesmal aufhalten? Also der erste Panzer ist aufgehalten. Wollte ich nochmal anmerken. Weiß nicht, ob dich... Alter Schwede, das irgendwie stört? Ich bringe Sie in Ordnung. Äh, Scharfschützen. Wie viel? Eins, zwei, drei, vier. Und dann könnten wir uns eigentlich noch ein paar Bazooka-Infanteristen erlauben. So, wie schaut's denn jetzt eigentlich... Mit aller Bomben können wir uns momentan nicht leisten. Die eiserne Drache zerschmettert ihre lächerlichen Stellungen. Ja, 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 ja. Immer mit der Ruhe. Ich mach mal diesen hier. Und dann mach ich mal diesen hier. Ich hoffe, dass der durchkommt. Zur Not können wir ja auch noch eine kleine Drohne platzieren. Damit der Bomber, der B2-Bomber da durchkommt. Dann ist er einen Ticken abgelenkt, ne? Einheit verloren. Also die Gegner zumindest. Oh, er hat's durchgeschafft. Sie haben also meine Kaserne zerstört. Na gut, dann zerstöre ich jetzt ihre. Ich hab gar keine. Oh doch, warte. Das ist die letzte Chance, sich zu beweisen, General. Schon bald werden meine Panzer sie überrollen. Unsere Basis wird angegriffen. Was war's? Ja, unsere Basis wird tatsächlich angegriffen. Alter Schwede. Wo kommt denn dauernd dieser Schaden her? Das ist ja unfassbar. So, Team 4. Hatte ich nicht mal... Hatte ich nicht drei von euch in Auftrag gegeben? Naja, egal. Ihr könnt mal das drinnen bewachen. Äh, nee, das glaub ich noch nicht. Immer noch nicht. Tut mir leid. Hab ich eigentlich noch ein Baufahrzeug? Ich brauch mir noch ein zweites Baufahrzeug. So wird das sonst nix. Okay, pass auf. Sniper, da rein. Ich schieße auf. Ich schieße auf. Ich schieße auf. Ich schieße auf alle Fahnen. Ich kenne mich aus. Es ist schön, dass du dich ausgehst. Wenn unterwegs. Ich sehe. Ich schieße. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. So, die zwei packen wir da rein. Und den Burschen packen wir da rein. Das reicht eigentlich als Verteidigung erst einmal. General, unsere Basis wird angegriffen. Ja, ja, ganz ruhig. Das gehört alles zum Plan. Es ist von mir so geplant, dass der Gegner die Basis beschießt. Sie glauben auch selbst nicht, dass ihr Glück noch lange hält. Wo langt ihr überholt, dass wir gerne mal? Äh, ich weiß nicht, ob mein Glück noch lange hält. Ich weiß auf jeden Fall, wessen Glück bald vorbei sein wird. Wo hat denn der eigentlich seine Geldversorgung? Sag mal, das... Ich meine, dem muss ja irgendwann die Kohle ausgehen. Nein, technisch betrachtet. Ach, guck mal. Das unheimvolle Stampfen meiner Armee, General? Nee. Nee, nee, noch nicht. Unsere Basis wird angegriffen. Ach, weil der da abstürzt. Deswegen. Boah, wie mies. Okay, dann brauchen wir da definitiv mehr Verteidigung. Ich halte nochmal zwei von den Jungs. Das ist mir auch recht. Oh, ob die jetzt da durchkommen? Die sind jetzt immerhin angeschossen. Ich bin gespannt. Ei, 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 ei. Ja, genau. Aber zumindest hat er seine Hacker verloren. Das ist ja schon mal was. Pack ich schon mal was wert. So. Äh, taktische Laser. Na, komm. Brav. Schicken wir mal davor. Ihr müsst Feuerschutz geben. Das ist ganz wichtig. Ich mache nochmal den hier. Okay, es ist momentan nicht allzu viel unterwegs. Wir brauchen nämlich noch ein Flugfeld. Sehr schön. Den haben sie. Ihr schnappt euch den Panzer. Jawohl. So, könnten wir mit dem vielleicht mal Abwehrstellungen errichten. So, die sind aktiv. Ich könnte eigentlich hier auch noch eine Drohne reinsetzen. Dann würden wir hier auch wieder mehr sehen. Nee. Aus Gründen, die mich nicht interessieren, möchte ich diese Frage jetzt nicht beantworten. Okay, das hat jetzt nicht so viel Schaden verursacht. Aber wir haben kaum noch Kohle. Das gibt's doch nicht. Was haben wir denn da? 30 Sekunden, 2 Minuten, 3 Sekunden, 44 Sekunden, 47 Sekunden. Okay, es kommt gleich was rein. Nein. Nicht wirklich, nein. Hallo? Hallo? Wir haben kein Team 3 mehr. Was ist mit Team 3 passiert? Bis zum nächsten Morgen.